Bestimmen Sie die Vertreterregeln innerhalb Ihres Business Workspace. Innerhalb Ihres Business Workspace klicken Sie auf den Reiter Einstellungen. Wählen Sie in der Kategorie Workflow Einstellungen die Option Vertretung übernehmen. In der Spalte Vertreter markieren Sie eine Person, für die Sie eine Vertretung übernehmen. In Ihrem Business Workspace sehen Sie nur noch die Workflows Ihrer Kollegen, für die Sie eine Vertretung übernommen haben.